In der Regel sind die angezogen. Das ganze FFH-Land ist weitestgehend nass. Einer wird gleich wahrscheinlich noch nasser als alle anderen. Der Chef von Rügemer Recycling, Fuhr- und Baggerbetrieb in Rödermark-Urberach, Jörg Rügemer, vor den Augen seiner Belegschaft. Wer ist der oder die jüngste und die oder der älteste Mitarbeiter? Der älteste Mitarbeiter ist der André. Die jüngste, aktuell ist die Tochter, die Naja. Beide falsch. Das ist gleich in der ersten Frage. Mal schön verkackt, Jörg. Wie viele aus deiner Belegschaft haben denn ein Tattoo? Leute, ich seh die ja nicht beim Duschen immer. In der Regel sind die angezogen. Fünf. 13 tatuierte Mitarbeiter. Drei, zwei, eins, sechs. Tätowiert, das gibt's nicht. Soll ich das wissen?